so meine lieben ich bin schon wieder unterwegs ich muss jetzt mal schnell zum penny laufen weil ich hunger habe und ich habe mir überlegt ich mache mir heute möhren durcheinander und ich brauche mörchen ich brauche gehacktes und mätenden ja mal gucken ob sie es da haben ist beim penny nicht immer so sicher wenn nicht muss ich um zwitschen ich habe da jetzt voll lust drauf und ich mache dann immer so viel dass ich für nächsten tag noch hat dann wollen ich gucken ja und wie immer in der letzten zeit ist es am regnen und einfach abartig und sagen ich laufe jetzt mal dann bin ich gleich wieder und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 jetzt glaube ich 99 Cent. Die esse ich am liebsten, weil die am geschmackintensivsten sind. Also die anderen Möhren, da sie 2 Kilo für 1,09 Euro, die schmecken mir nicht so gut. So, dann habe ich hier Hundefutter für meinen Hund. Wenn ich nicht das von DM habe, dann hole ich das hier. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich die richtigen Sorten genommen habe. Ja, die hier ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte, aber ist okay. Normalerweise hole ich immer das hier, Geflügel mit Reis, das ist Pastete. Ja, das hier ist auch Pastete, aber ist halt Geflügel mit Herz. Aber der frisst sowieso alles. Ich nehme jetzt meine Rübeer, Milch für meinen Kaffee, Brot. Und dieses Brot esse ich immer zum Frühstück mit einem schönen Omelett. Ja, jeden Morgen esse ich mein Omelett auf Völkernbrot. Ja, so, dann ein Gehaftes und ja, meine Eier, wo ist das mein Frühstück hier gesichert. So, das war das hier. Schnell mal alles wegräumen, dann steht hier auch nichts rum. So, also, im Prinzip ist gar nicht viel. Das, und ich habe hier noch Kartoffeln, die hatte ich ja beim letzten Mal gekauft. Die müssen nämlich dringend aufgebraucht werden, sehe ich hier, sind schon dunkle Stellen. Das, jetzt gucke ich mal eben, wo habe ich jetzt hier, jetzt will man nicht alleine wohnen, ne? So, dann brauche ich nämlich noch die Gemüsebrühe. Ich weiß nicht, die Gemüsebrühe. Und, ja, das war es dann eigentlich schon soweit. Bisschen Salz und Pfeffer, ne? Ich nehme den weißen Pfeffer und ganz normales Jodsalz. So, das war es hier schon. Und jetzt werde ich Gemüse schnippeln. So, das war es hier. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Meine Lieben, jetzt rede ich auch wieder So, das Ganze kocht jetzt erstmal circa eine halbe bis dreiviertel Stunde Ich will euch noch kurz erklären, die Gemüsezwiebeln, das mache ich schon immer so, die kommen immer im Ganzen rein Ich hatte vorher überlegt, ob ich alle drei mache, aber da der Eintopf nur noch für mich alleine ist, kamen jetzt nur zwei rein Die Mettenden präpariere ich immer so, damit der Saft schön in die Suppe austritt, Suppe in den Eintopf austritt und sich schön mit den Möhren und den Kartöffelchen verbindet Dadurch brauche ich auch extrem wenig Salz, also habt ihr gesehen, beim gehacktes Mischen, da habe ich halt sehr wenig Salz nur benutzt, weil mehr braucht es gar nicht, weil diese Mettenden sind echt salzig genug und die Gemüsebrühe tut ihr übrigens So, wie gesagt, das köchelt jetzt hier eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde vor sich hin Und zwar so, bis die Zwiebeln durch sind Die sollten ein ganz kleines bisschen Biss noch haben Und die Mettenden sollten deutlich geschrumpft sein Das mag ich so gerne dran, ne? Ja Und erst, wenn das soweit ist, kommt das Gehacktes hinzu und dabei nehme ich euch dann auch wieder mit Ja Deckel zu Ein Topf kocht Ich kann mich jetzt erstmal um andere Dinge kümmern So Es ist soweit Es ist soweit Und zwar passiert jetzt folgendes Das ist ja ordentlich am Kochen Allererstes Versuche ich jetzt die Die Gemüsezwiebeln hier im Ganzen rauszubekommen und das klappt auch Bei der ersten zumindest, bei der zweiten nicht ganz Und ich sag euch, die sind so lecker Ich schneide mir dann immer hinterher und so viel Zwiebeln rein, wie ich brauche Das gleiche mache ich mit den Mettenden Hier schon auseinanderfallen Genauso mag ich das Oh, köstlich, köstlich So Also die habe ich mir jetzt an die Seite getan Jetzt gehe ich einmal hin und rühre mir das Ganze hier ordentlich durch Und jetzt passiert nämlich folgendes Ich mache mein Gehacktes rein Wie ich das mache? Moment So Ich fasse Gehacktes nicht gerne mit den Fingern an Dass ich das vorhin vor der Kamera so gemacht habe Ja, das ist eher die Ausnahme Normalerweise nehme ich Handschuhe Ich glaube, das wäre mir jetzt zu kompliziert Und dann mit den Handschuhen, Kamerabedien und so weiter Nee Also ich nehme mir hier einfach Das Gehacktes, was ich auf diesen Teller jetzt umgepackt hatte Und schmeiß einfach immer so Ich mache hier so ein Stückchen ab Und schmeiß die einfach hier in den Topf rein Verteile die möglichst natürlich so, dass das Gehacktes nicht aufeinander klebt So Andere formen sich da gerne Kübelchen Ich mache mir die Mühe gar nicht, ich habe da gar keine Lust zu Weil schmecken tut es sowieso Gleich So Und dann Rühre ich Das Gehacktes immer schön unter So Sodass es dann schon angart und mir nicht immer gleich auseinander fällt Und auch nicht aneinander fappt So Ja Ich habe hier die Hitze mal ein bisschen rausgenommen Jetzt schalte ich die Hitze aber mal wieder hoch Weil ich die brauche So Da kommt es auch gleich wieder Ja So Soll nämlich schön kochen So Ich mache schon das nächste Gehacktes Und ja Die wird da jetzt schon großartig noch zu erzählen Ja Ein Topf halt Lecker Und ich habe da so So Ultramäßig Appetit drauf So 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 da köchelt es wieder der Hund liegt vor der Küche und guckt ganz verliebt der denkt er kriegt hier nochmal gehacktes aber das bekommt er natürlich nicht weil das gebürzt ist und der gute Rest während das sein Topf vor sich hin kocht werde ich mir hier schon mal so ein Mettende aufschnippeln weil eine ganze Mettwurst schneide ich von vorne rein auf und auch eine Gemüse Zwiebel die kommen dann wieder mit in die Suppe rein bzw. in den Eintopf ja es ist gemacht wie eine Suppe aber letzten Endes es ist ein Eintopf weil ja alles sofort in einem Topf gekocht wird so ein Mettende und hier nehme ich die Zwiebel die eh schon auseinander fällt so und auch die schneide ich mir hier zurecht ich mag sowas total gerne so richtig ordentlich Zwiebel das ist ganz nach Mutters Geschmack so ja wie gesagt jetzt kommen die Zwiebeln und die Mettstückchen hier rein mit Wurststückchen und jetzt nehme ich auch die Hitze komplett raus also ich schalte den Ofen aus und das ganze darf jetzt nochmal etwas vor sich hin köcheln und gut durchziehen so ich sag mal 10 bis 15 Minuten und dann kann ich auch nicht mehr aushalten weil dann muss ich unbedingt essen aber vorher werde ich das ganze jetzt hier natürlich probieren ob das für mich so gut ist ja schmeckt super ich muss nochmal probieren ich bin mir nicht sicher ich habe schon wieder vergessen wie es schmeckt ne mhm mhm so was ich jetzt noch mache zum Abschluss kennt eigentlich ja fast jeder das ist ja da kommt nochmal einen guten Schuss Maggi rein ne so das reicht das sollte reichen und ja ich glaube von diesem Eintopf kann ich sogar drei Tage essen wenn ich das möchte und uuuhh der riecht toll schade dass wir noch keine Gerüche transportieren können ne per Video ja jetzt ist eigentlich schon servier fertig ich probiere den jetzt nochmal weil ich habe ja schon wieder vergessen wie das schmeckt ne mhm oh himmlisch so meine Lieben das war's und äh ja falls ihr Lust drauf bekommen habt das mal nach zu kochen falls ihr das nicht kennen solltet oder diese Art nicht kennen solltet dann wünsche ich euch viel Spaß beim nach kochen und äh ja falls ihr das getan habt verratet mir doch mal wie es euch geschmeckt hat ne also würzen könnt ihr ja immer so wie es euch beliebt aber diese Machart ja die ich glaube die habe ich äh erworben teils durch meine eigene Mutter und äh ja den Rest habe ich mir dann selbst beigebracht ne ich bin ja schließlich selber Mami von drei Kindern von drei erwachsenen Kindern inzwischen aber ich musste schließlich auch jeden Tag kochen da gab es kein Junk Food und ganz extremst selten mal Fast Food also meine Kinder äh haben McDonalds als kleine Kinder nicht so häufig gesehen ne so das darf wie gesagt nochmal vor sich hin ziehen 10 15 Minuten und dann werde ich mir mein gutes Essen einverleiben ich wünsche euch guten Appetit meine Lieben bis zum nächsten Mal Tschüssi bis zum nächsten Mal